Das beste Ergebnis seit fünf Jahren können die bayerischen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften für das abgelaufene Geschäftsjahr vorweisen. Unterm Strich blieben mit 273 Millionen Euro über 27 Prozent mehr Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert. Vor allem der IT-Bereich war im Zuge der Digitalisierung für die Steigerung verantwortlich, wie der Genossenschaftsverband Bayern bei seiner jährlichen Pressekonferenz mitteilte. Dagegen befinden sich die landwirtschaftlichen Genossenschaften im Strukturwandel, beispielsweise die Milcherzeuger, die allein 60 Prozent des heimischen Marktes ausmachen. Die Herausforderungen in den nächsten Jahren liegen zum einen darin, neue Strukturen zu finden, was Absatzentwicklung, was auch Produkte und was Nischen angeht. Die Herausforderungen liegen aber auch darin, einem gewandelten Konsumentenverhalten Rechnung zu tragen, beispielsweise, dass stärker auf laktosefreie Milch, auf Heumilch gesetzt wird und ähnliches mehr. Und es gilt, den Qualitätsstandards des Lebensmitteleinzelhandels gerecht zu werden. Mit ihrer tiefen Verankerung in der bayerischen Wirtschaft sind die Genossenschaften stets auch Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen. So konnte das Handwerk dank der großen Nachfrage im Bau zulegen. In ländlichen Gegenden organisieren sich Bürger, um Dorfbrauereien und Läden zu gründen und damit eigene Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. Immer dort, wo Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, das, was sie für sich arrangieren möchten, lässt sich über staatliche oder sonstige Strukturen nicht finden, dort nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand. Beispielsweise auch bei der Organisation von Nahewärmenetzen haben wir diesen Effekt und deswegen wurden auch im letzten Jahr in diesem Bereich mehrere Genossenschaften gegründet. Und somit bilden die 1018 Warn- und Dienstleistungsgenossenschaften weiter einen wesentlichen Pfeiler der mittelständischen Wirtschaft im Freistaat.